Was könnte man da gut hinbauen? Wir haben ja auf dem Wasser zu bauen nicht so mega viel, also nicht so mega viel Deko-Krams zumindest. Wir haben natürlich immer noch diese, wenn ich sie finde, das hier, die Hafenstadt. Oh, wir können sowas bauen auf dem Hafen. Das ist ja komplett useless hier, ne? Wir können sogar noch auf dem Wasser eine Busseitestelle bauen. Das ist ja cool. Oder eine Kirche. Einfach ein Bandgebäude reinsetzen. Sogar geleerten Häuser können wir auf dem Wasser bauen. What the fuck? Wir haben hier schon mal so ein Wirtshaus gemacht, irgendwann mal. Oder beziehungsweise haben wir einfach nur nicht wieder abgerissen, würde ich behaupten. Wie weit kann ich hier hin? So kann ich. Weiter geht nicht. Aber ich hab... Ja, ich hab ne Idee. Aber das ist halt so unlogisch, dass hier halt so Wasser ist, wenn du keinen Durchgang hast, ne? Hm, das entspricht nicht der... Ich hätte halt irgendwie Bock auf... So ein paar Gebäude hier. Müssen ja nicht viele sein. Dann gucken wir mal. Äh... Äh... So, weil ich hab... Ähm, wo sind denn diese... Ja, weil man wüsste, unter welche Kategorie das fällt, ne? Dächer der Stadt, ne? Großer Scheinwerfer, ne. Äh... Fluguhr, wieso Abflug? Achso, Zeppelin, achso, ja, okay. Guck mal, im Bootshaus. Kann man das hier ersetzen? Irgendwie das triggert mich. Hm. Warte mal. Können wir hier sonst noch ne Kaimauer hinpacken? Oh ja. Ja, ich würd sagen, das ist besser. Machen wir das so. Ne, so ist es verkehrt. So. Okay. Was ist das da so eckig? Äh, ist auch egal. Ähm... Okay. Ich hab aber was anderes gesucht. Ich habe gesucht... Das hier. Aha. Hm. Wir machen jetzt hier... An jedem Hafen ist doch im Grunde ein Markt. Oder nicht? Also wir haben doch... Man hat doch immer... An so Häfen hat man doch Märkte, äh, Bazaare, keine Ahnung. Und sowas kommt jetzt auch hier hin. Gibt's hier noch? Ach ne. Das ist das ganz große. Warte mal, hier mache ich... Ja, da macht er die andere Straße. Weil das passt dann auch hier halt zu diesem Marktplatz. Guckt, hier ist was los die ganze Zeit. Hier ist die ganze Zeit, Leute. Die ganze Zeit, Action. Ah, ich kann hier nicht. Warum nicht? Oh, weil ich noch Keimauer machen könnte. Das ist aber gar nicht so schlecht. Leider ist das hier so grün zwischen, aber das lässt sich nicht verhindern. So. Ah, den haben wir noch gar nicht. Blumen für die Dame. Familientisch. Ne, das finde ich immer komisch, dann einfach immer so ein Tisch. Ja, wir machen dann halt Keimauer hier, wo wir halt keinen Marktstände hinbauen können, weil das besser aussieht. Ist halt so ein bisschen schade, dass hier halt wie gesagt so ein bisschen dann die Kante irgendwie ist. Aber ich finde das so, wenn man ein bisschen weiter rauszoomt zum Beispiel, immer noch angenehmer, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt das so. Weiß nicht, das finde ich halt irgendwie nicht so. Dann hast du zwar einen Übergang, aber der passt halt wieder nicht zur Keimauer. Wisst ihr, was ich meine? Also der passt dann so in diese Richtung hier nicht, wo ich gerade zeige so. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so. Obwohl man könnte es auch machen, oder? Warte mal. Lass mal was testen. Hier ist auch sehr karg. Hm. Hier ist auch sehr karg. So, wenn wir jetzt hier... Das geht auch, ne? Ist jetzt nicht so kacke. Schade, dass man die halt dann nicht schräg bauen kann. Aber vielleicht irgendwie so. Ich weiß nicht. Wunderschön. Ich würde die hier mal aufsteigen lassen. Jetzt wollen die eine Schule haben. Dann habe ich hier irgendwo zufällig eine in der Nähe, ne? Da rauft. Was sagten sie gleich, woher sie kommen? Okay, was gibt's denn... Was gibt's denn noch so... Was man bauen könnte? So Hafenmäßiges, Marktmäßiges, irgendwie sowas. Fiesta. Ne, das ist eher... Garten der Ruhe. Na klar. Ne, Rüderburg. Ne, das passt hier auch nicht so hin. Das ist cool, wenn man dafür das andere Ambiente so hat. Aber hier... Was ist das? Industriegebiet. Was wir natürlich mal machen können, ist hier halt auch Schienen her... Herbringen, ne? Weil... Normalerweise ist ja ein Hafen mit Schienen verbunden, oder? Eigentlich doch. Also wir könnten hier ja mal überlegen, ob man... Weil wir haben hier noch Platz. Ähm... Ob wir hier einfach... Also das hier würde ich gerne so lassen mit den Mühlen. Weil das finde ich, glaube ich, ganz cool, wenn man... Wenn man irgendwie... Wie kann ich nochmal Passkarten? Weil man hier so quasi... Auf die Stadt guckt. Das ist schon irgendwie cool. Mit den Mühlen dann da so. Weißt du denn... Dahinten dann so... Ist das hier nicht ganz so... Dass man direkt aus dem Hafen kommt. Direkt hoch. Also. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Muss ich noch mal eine Kamera wieder richtig machen. Aber man könnte hier ja überlegen, ob man einfach hier so ein Bahnhof hinmacht. Ich meine, der hat da keinen Nutzen. Weiß ich auch. Also... Gient halt nix. Aber... For the Deko. Ich stehe den. Ich meine, guck mal, eine U-Bahn haben wir. Ja, eine U-Bahn. Schön und gut. Für Personentransport. Klar. Aber in der U-Bahn transportierst du ja eigentlich keine Güter. So. Dann lass doch diesen... Ähm... Lass doch das hier... Ah. Ich finde das jetzt Deko... Gar nicht so krack, wenn das... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wie habe ich denn jetzt da die Straße weggenommen? Wo habe ich sie hingesetzt? Okay. Okay. So. Ähm... Wir haben ja sogar... Was ist das denn? Ach so, diese Investorenhäuser, die nicht so geil sind. Hm. Ja, die sind halt leider... Die passen halt nicht so hundertprozentig irgendwie dazu. Der kleine Bahnhof... Der kostet mich halt mega viel Arbeitskraft. Warum habe ich jetzt so viel weniger Arbeitskraft als holen noch irgendwann? Ich verstehe auch nicht, warum der kleine einfach viel weniger Arbeitskraft kostet. Ne, lass mal erst mal ohne bauen. Was haben wir hier? Ach ja, diese kleinen Downtown Sachen. Stimmt, die sind sehr cool. Haben wir aber auch noch nicht gebaut. Das müssen wir auch noch mal machen irgendwann. Es gibt doch aber... Ich habe irgendeinen Mod, wo du auch... Äh... So Deko Sachen. Oh, hier. Ornamentale Züge. Ah, die kannst einfach... Aber wieso kann ich die... Wieso haben die ein Radius? Güterzug was? Holzstämmen. Oh. Hä? Hat der gleich direkt Schienen gemacht? Okay. U-Bahn-Waggon. U-Bahn-Triebwagen. Sieht auch aus wie ein Waggon. Güterzug-Lock. Oh. Oh. Güterzug-Gas. Kisten. Bau-Material. Dampfwagen. Oh. Ist schon cool. Okay, lass mal gucken. Wir haben ja sogar auch noch. Wartet. Wir haben sogar auch noch. Ein... Äh... Ne. Was ist hier? Was ist hier? Industriegebiet. Da sind hier auch so Bahnstege. Kohleturm. Bahnwärterhaus. Mh... Okay, lass mal... Ich baue erstmal einfach drauf los. Also. Da. Und zwar, ich würde gerne irgendwie den Bahnhof... Lass mal gucken, wo wir die Schienen haben. Da oben. Ich würde aber gerne von hier aus fahren, glaube ich. Äh... Warte mal. So. Vielleicht. Äh... Warte mal. Vielleicht. Äh... Warte mal. So. Vielleicht. Da komme ich nicht durch. Kann ich dir um einen nach unten versetzen? Das reicht noch, ne? Kein... Kein größerer... Kein größerer... Impact für irgendwas. Ne, ich möchte dein Geschenk nicht, äh... Mrs... Wie auch immer du noch hieß. Mal. Lass die mal. Ne, lass die mal. Lass die mal. So setzen. Ja. Okay. So. Dann geht der Bahnhof... Irgendwie so, vielleicht. Warte, lass mal erstmal gucken, was wir an Gebäuden so haben. Also an Deko Gebäuden. Also an Deko Gebäuden. Wo war das mit den Zügen? Da. Aber wir können doch hier einfach... Ach, jetzt kann man den ja nicht mehr raufstellen. Oh. Okay, das war ja nicht mein Plan. Aha. Okay. 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 okay okay war das erstmal okay erst einmal so jetzt hätten wir sowas hier zum beispiel ja noch passt ja sehr gut dazu dann oh mein gott oh mein gott ach so jetzt kann ich da aber nicht weil ich dann eben die schienen wir lernen wir lernen würde gab es nicht so ein bahnstieg aufgaben oder so wo war das denn noch das habe ich doch aber auch mal gebaut warte mal das habe ich doch auch mal gebaut warte 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 hier habe ich doch nicht gebaut ich bin dumm okay dann habe ich doch nicht gebaut dann habe ich mich versehen ein andreas kreuz noch mal gucci gucci Bis zum nächsten Mal.